Mittwoch, der 17. April 2024 und damit herzlich willkommen zu Jeden Tag ein Ü-Ei. Heute am Mittwoch habe ich für euch ein Mädchen-Überraschungsei der neuen Kollektion. Wir hatten jetzt zweimal hintereinander Inhalte der Eiskönigin im Ei. Ich bin also richtig gespannt, was heute enthalten ist. Und wenn ihr Lust habt auf mehr Ü-Ei, schaut gerne in unsere Playlisten und in unsere Shorts. Für die Verwaltung eurer Figuren, die GSÜ-Ei-Verwaltung 4, da habt ihr jedes Jahr einen aktuellen und kostenlosen Katalog. Und das Geld kann man doch wirklich besser in sein Hobby investieren als in neue Kataloge. Für alle, die eine Aufbewahrung für ihre Beipackzelle suchen, die schauen unten in die Beschreibung bei SammlerEck. Jetzt das Ü-Ei des Tages für Mädchen. Für alle, die eine Aufbewahrung für ihre Beipackzelle suchen. Ja. Musik Musik Also wieder einen von diesen total süßen Dinosauriern. Wir sehen uns natürlich morgen hier wieder bei Jeden Tag ein ÜEI. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis morgen, ihr Lieben. Euer Stefan von Unser Sammler-Team. Macht's gut und bis morgen.